Den haben wir, dann würde ich sagen, als nächstes geht's Needleman. Naja, ehemals Needleman und jetzt, keine Ahnung, wem an den Kragen. So, hier sind, glaube ich, die größten Veränderungen zu sehen. In der Needleman-Stage, ihr erinnert euch vielleicht an diese riesigen Needhools oder Metals, die hier rumgestanden haben. Die sind jetzt nämlich aktiv. Das wird gleich lustig, kann ich euch sagen. Na, spring doch mal. Guck, wie reagiert das Gamepad nicht so, wie ich das möchte. Not funny. Wo ich da rüber? Ach, da, sorry. Okay. Wird nix gesagt. So, die Stelle ist natürlich auch wieder lustig. So, okay. Oh, Gottes Willen. Ich hasse das. Ja, da kommt man nämlich so gut wie nie drüber. Wow. Ja, ja, ja. So, das hätte ich natürlich gerne, aber ich wette, das geht schief. Ich wette, das geht schief, wenn ich jetzt da rüber... Ich werde fliegen, äh, könnte gehen, aber... Ach, scheiß drauf. Wir laden uns irgendwie anders auf, das wird schon. So, du wieder. Dann gehst du mal wieder auf die Nerven mit deinen Homing Missiles. Ja, oder um so ein Leben. Da komme ich aber, glaube ich, nur mit dem Fliegejet dran, oder? Da komme ich nur mit dem Rush ran. Leben hätte ich natürlich gerne. Mein Leben. So. Und tschüss. Oh, Hallöchen. So, ich hoffe, ich brauche den Rush nicht gleich noch mehr. Oh, da ist schon der erste. Alter, was? Ging aber schnell. Oh, so. Halbe Energieleiste. Na ja, gut. Okay. Mal gucken, wen kriegen wir denn? Oh, Airman! Hey, Mr. Airman. Ich probiere mal wieder die Needleman-Waffe. Weil vielleicht... Jawohl, Needleman... Warte, habe ich irgendwas, was... Ähm... Seinen... Seinen Sauger verstopfen könnte. Ähm, ja... Nägel im Ventilator sind bestimmt nicht gut. Oh, Alter. Hahaha! Hat er mir aber nur einen Strich abgezogen. Das ist also nicht die Waffe welche. Okay, gut. Kein Problem. Also, Needleman-Waffe ist da nicht gut für geeignet. Macht er irgendwie mehr Schaden? Kann das sein? Kommt mir fast so vor. Kommt mir fast so vor. So, das steht natürlich aufladen. Kommt mir wirklich fast so vor. Als wäre das so. Okay, also das ist schon mal schlecht. Vielleicht Sparkman... Ich glaube, ich kann hier auch, ähm, nicht so gut auf die, ähm... Sache setzen von wegen... Alter, kannst hier springen, wie du willst, ne? Jedes Mal hänge ich da dran fest. So. Ähm, ich glaube, ich kann hier nicht darauf zählen, dass die Waffen, die ich jetzt habe... sich auf die Gegner beziehen. Also, ne? Zum Beispiel Wasser gegen Strom oder was auch immer. Ich glaube, das wird hier nichts. Oder Blätter gegen Airman, ne? Die verstopfen den Ventilator von ihm. Ich glaube, da kann ich hier nicht drauf zählen. Das geht nicht. Das kannst du knicken, kannst du das. Leider Gottes. Aber gut. Wir schauen einfach mal. Wir finden schon eine Waffe gegen ihn. So. Ah, halt. Falsche Waffe. Ich könnte ja Snakeman mal ausprobieren. Vielleicht die Schlangen irgendwie nehmen wir in die Labo rein. Aber ich bin mir echt unsicher. Ich bin auch gerade am überlegen... Hup, ich... Ah, Alter. Ob ich hier mal auflade. Ja, genau. Aha! Ja, Megaman. Das ist... Ach, du Scheiße! Was zur Hölle? Okay, das... Ah, das war jetzt mega dumm. Okay, jetzt muss ich... Jetzt muss ich oben an dem Igel aufladen. Oh, ne. Das wollte ich nämlich eigentlich machen, aber jetzt habe ich natürlich nur noch vier Striche. Haha! Oh Mann, ich bin der beste Megamensch-Spieler der Welt. So. Ach so, ja. Okay. Da kannst du... Ja, Rush. Du wolltest eigentlich da hin. Dankeschön. So. Okay. Ja, okay. Immerhin. So, das müssen wir jetzt leider ein paar Mal machen, bis ich wieder aufgeladen bin. Ich hoffe, er ist gnädig. Okay, wenn das so weitergeht, dann ist okay. Okay. Ich wünschte, die Stacheln würden auch was fallen lassen. Okay, damit kann ich schon mal den Spring Rush oder den Rush Coil aufladen. Schon mal sehr gut. So, ich hoffe, dass mein Renderer-Onkel gleich mal fertig ist. Ach so, halt. Ich komme hier mit dem Menü manchmal nicht so zurecht. Megde vielleicht. Oder vielleicht noch nicht. So. Ah ja. Ich könnte natürlich auch einen E-Tank benutzen gleich beim Airman, aber will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich mit einer vollen Energieleiste zu Airman. Ah, das dauert jetzt. Mist. Eventuell schneide ich das raus. Mal gucken. Das hat er sich wohl so gedacht, der Kollege. So. Na, siehst du, die Stacheln hinterlassen zum Glück auch, ähm, Energie. Oh, wir haben ja noch sehr viel aufzuladen. Aha! Komm, leck mich am Arsch. Ähm, was könnte denn noch klappen? Gemini Laser. Ich probiere mal Gemini Laser. Notfalls benutze ich jetzt einfach einen E-Tank. Ganz ehrlich. Problem ist, ich bin eben, glaube ich, in ihn reingelaufen, oder? Kann das sein? Äh, das macht jetzt wirklich so viel Schaden. Äh, was könnte denn noch klappen? Hartnackel. Komm mal hart in die Fresse. Ach, Mann. Komm schon. Ah, dieser... Was zum Fick. Okay, das hilft. Muss ich nur noch treffen. Ja, haha. Okay, Hartnackel ist aber gut gegen ihn eigentlich, oder? Ja, so ziemlich. Gut, kriegen wir hin. Ich darf jetzt noch nicht so viel Energie verlieren. Das war gerade der einzige Nacht... Teil! Ach, Mann. Verdammt nochmal. Diese verdammten Igel, ne? Die gehen mir so auf die Nerven. Das ist so unfassbar. Was die mir auf die Nerven gehen. Achso, hoppla. Okay, ich muss mich irgendwo aufladen gleich wieder. Sonst gehe ich wieder mit Null Energie zu Airman. Was tue ich mir denn bei dem so schwer? Der war doch sonst nicht so schwer. So, hier jetzt mal gucken, ob ich das nicht richtig schaffe. Ah, klappt doch. So, jetzt auffassen. Jetzt springen. Und rutschen. Und sterben. Ja, super. Das... Ah, toll. Ich habe zu lange gebraucht. Jetzt müssen wir doch da hoch. Oh, Mann, ey. Die Aufnahme kannst du echt verbrennen. Okay, jetzt habe ich zumindest mal ein bisschen mehr Energie als eben. Naja, so wirklich auch nicht, aber... Der Versuch war es wert. Oh, ein Leben. Das ist super. Leben ist immer gut. Ja, Rush, kannst du mal bitte wieder verschwinden? Falsche Richtung. Komm schon. So. Hallioppa. So, jetzt aber. Das sollte jetzt aber eigentlich funktionieren. Hopefully. So, die Hardnuckle funktioniert. Allerdings muss ich richtig treffen. Ach, komm schon, ey. Ich will meine volle Energieleiste haben. Kann doch nicht so schwer sein. Okay, damit können wir jetzt zumindest die Hardnuckle gerade mal aufladen. Die brauche ich jetzt eher. Wir haben ja gleich wieder volle Energie, wenn wir zurückkommen. Wahrscheinlich gibt es auch noch eine Waffe, die ein bisschen effektiver ist, aber die Hardnuckle ist im Moment so das Nonplusultra eigentlich. Ja, komm, warten wir auf. So, okay. Ich würde ja noch mehr Stacheln abschießen, aber... Problem ist, wenn der auf mich zurollt, dann habe ich ein Problem. Okay, immerhin. Besser zwei wie nix. Sorry, wenn das jetzt knapp ist und dauert. Ach, Mann. Okay. Was können wir denn noch aufladen? Den... Was soll, wenn ich da gleich wieder hoch muss, habe ich nämlich ein Problem. So. So. Ja, das war nicht... Das war zum Beispiel nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. So. Ja, komm schon. Machen wir den Rest auch noch. So. Okay, alles klar. So, noch dreimal und wenn es dann nicht ist, dann gehe ich halt zu ihm. Ich hätte gerne eine große Energiekapsel. Kleine tut es natürlich auch erstmal. Okay. So. Ja, jetzt ist eine kleine Energiekapsel. Ich glaube, meine Gebete wurden erhört gerade. Ich will den letzten E-Tank nicht auch noch verschwenden, ehrlich gesagt. Okay, einmal noch. Ein letztes Mal noch. Ja, schade. Okay. Äh... Hartnackel. Wir treffen ihn jetzt hart. Mit der Nackel. Bin gespannt. Ich muss ja eigentlich nur über die Windtornados hinwegkommen. Das ist eigentlich alles. Was sich etwas schwierig gestaltet. Bam. Ah, verdammt. Im letzten Moment natürlich nicht... Ah, nicht in ihn reinrutschen. Nicht gut. Ah, sie kommt zu ihm durch, die Dinger, aber... Naja, hm. Ich brauche noch was, was mehr abzieht. Das wird so nix. Okay, wir sehen uns gleich vor dem Boss wieder. So, willkommen hier zurück bei Mega Man. Ich, äh, hab jetzt gerade noch mal ein bisschen hingespielt. Und wir sind jetzt gleich hier wieder beim Bossi. Ich werde jetzt übrigens noch mal eine andere Waffe ausprobieren. So. Dann erstmal weg. Na, zu spät. So, komm mal gucken. Jetzt aber. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jo, sehr schön. So, volle Energie, wie ihr seht. Und jetzt machen wir mal mit der... Was machen wir denn mal? Shadow, Spark, Snake, ich weiß nicht. Ich glaube... Ich nehme mal Spark. Vielleicht Strom irgendwie in den Vigilator rein. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist hier auch nicht so... Nicht so wichtig bei denen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das zusammen assoziieren kann. Glaube ich eigentlich nicht. So, wie sieht es aus? Na, da kann ich drüber. Uah, Alter. Oder auch nicht. Verdammt nochmal, dieser Mistzack. So. Nicht in ihn reinstellen. Mega Man. Ja, geschafft. Hui. Noch vier Striche, dann wäre es gewesen. Alter. Okay, so, den haben wir. Alter Schwede, ey. Was stelle ich mich denn so kacke an hier? So. E-Tank habe ich noch einen. Null Leben. Oho. Yei, yei, yei. So, was brauche ich denn? Rush Coil oder Rush Jet? Äh, ja. Ich nehme mal den Jet. Ich glaube, ich lade mal den Jet auf. Besser ist. So, hier müssten jetzt gleich die riesigen Mi-Tools kommen, oder? Ich glaube, ja. Boah, Alter. Was geht denn mit euch hier? So, ich lade mal den Jet komplett auf. Weil den werden wir jetzt brauchen. Ich glaube, deswegen war da auch gerade so ein Ding. Oh, Alter. Was? Okay, schön oben bleiben. So, den aufsammeln. Ja. Spread Limitation for the win. So. Ah, Alter. Was? Okay, so. Aufladen. Na, komm schon. So, nicht streifen lassen. Oh, ich habe noch einen Strich. Das kommt bestimmt gleich wieder. Ja, natürlich kommt ihr wieder. So, ganz kurz. Äh, mal weg. Den wieder ausrüsten. Alter. Okay. Und jetzt sterbe, habe ich natürlich ein Problem. So. So, ihr könnt mir nichts. Ich mache euch so weg. So, noch ein letztes Mal aufladen. So, jetzt schnell wechseln, bevor der wieder zu viel Energie verliert. Boah, noch ein Lebensstrich. Das geht doch schief. Ja, toll. Super, dass ihr mir jetzt noch so ein Ding gebt. Ähm. Coil. Würde ich sagen. Ja, Rush, du bist der Beste. Dankeschön. So, jetzt komme ich wahrscheinlich direkt zum nächsten Boss, ne? Oh, ihr habt mir gerade noch gefehlt. Ihr habt mir gerade noch gefehlt. So, haben wir jetzt zurückgelaufen? Ich glaube, der ist raus, ne? Oh, 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 oh. So, ich glaube, man muss, äh, oh Gott. Kann ich da, ja, kann ich. Oh, ja, 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 ja. Das war klar. Das war jetzt klar. Das war irgendwo klar. Ah, the game over. Hey, haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Okay, continue. Ach, Mann, jetzt muss ich natürlich nochmal hier hin. So, aber wir haben wieder alles voll, ne? Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So, und hopefully, dass wir es jetzt schaffen. So, da sind wir auch schon wieder. Alles klar. Jetzt geht's weiter. Ich habe zwar nicht unbedingt viel mehr Energie, aber, naja, besser wie nix. So, wir müssen auf die Augen natürlich schießen. Beziehungsweise, ich glaube, oben auf das Kreuz, oder? Sogar. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, wie das bei dem hier war. So, jetzt auf jeden Fall erstmal die Meat Tools abschießen. Aha, was zum Aufladen. Okay, ich warte mal. Ja, egal. So, wir müssen oben auf das, auf den Helmet, glaube ich. Ja, auf das Kreuz. So, ich warte mal, bis die ein bisschen zu mir kommen. Dann kann ich mich eventuell was zum Aufladen abstauben. So schwer ist der nicht. Aber man kann ihn natürlich immer nur dann treffen, wenn er gerade oben ist. Hey, was war das denn? Oh, das... Das ist natürlich eine miese Aktion, mein Freund. Aber eine absolut mega miese Aktion gerade gewesen. Und das ist noch eine miesere Aktion, Alter. Jetzt muss ich aber hier alles rausholen, was ich irgendwo... Oh Gott, ich habe gerade noch was zum Aufladen gekriegt. Oh, ja, ja, ja. Alter Schwede, habt ihr das gesehen? So, das sind nämlich die, die letztens, beim letzten Mal hier versteckt waren. Oh, ein Leben. Okay, was? Was, an die kann ich mich gar nicht erinnern? Ah, was, 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 was? An die kann ich mich gar nicht erinnern? Was ist das denn? An die kann ich mich gar nicht erinnern? Was?